Schönen guten Mittag. Ich habe wie ein Baby geschlafen. Ich habe nicht gehört, wie es geläutet hat, wie es geklopft hat. Nein, gar nichts. Ich hoffe, du hast auch gut geschlafen. Hier ist wieder die Ruth, die Ruth Aschelier, dein Coach für mehr Lebensqualität. Heute mache ich es kurz. Heute geht es mir darum, dass wir zusammen in Kontakt kommen. Wie angekündigt möchte ich von dir wissen, wo dein Schuh drückt. Wo tut es dir weh? Oder was hast du für Wünsche? Was hast du für Träume? Was hast du für Ziele? Was möchtest du? Vielleicht bist du immer noch, was du nicht möchtest. Und bist dir noch nicht so ganz bewusst, was du wirklich möchtest. Die Welt ist groß. Die Welt ist offen. Es stehen dir alle Möglichkeiten offen. So auch hier, bitte schreib deine Gedanken, dein Problem, wo es ist, privat, beim Geld, im Beruf, wo auch immer das ist. Und ich versuche dir ein Clearing Statement, eine, wie soll ich sagen, nicht eine Lösung, aber einen Gedankenanstoss, wie du es vielleicht anders machen kannst, damit du deine Träume erfüllen kannst. Weil ich möchte dich jetzt hier willkommen heißen. Und zwar willkommen am Ende deiner Welt, die du bis jetzt gelebt hast. Glaub mir, alles ist nur eine interessante Ansicht. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist ein bisschen schwierig zu verstehen manchmal, weil wir ja aufwachsen, so und so und so und so und so muss es sein, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Es gibt irgendwie wie nichts anderes. Wenn du aber weißt, dass Bewertungen, auch für dich selber, es ist immer deine Ansicht, kreiert deine Realität. Und nicht die Realität kreiert deine Ansicht. Ja? Schwierig, oder? Also, schreib doch mir bitte unten deine Fragen rein, was dich bewegt, was du gerne möchtest. Und ich werde ab nächster Woche so ganz kurze Stücke zu einzelnen Fragen und dann sagen wir, the three islands in the sun. Und zwar jetzt um die Berufsinsel gehen, was da so alles ist, dann Sozialleben mit allem drum und dran und dann dich ganz persönlich. Ich werde das strukturieren, du wirst auf LinkedIn-Zahle davon finden, du wirst selbstverständlich auf dem YouTube-Kanal und immer wieder hier Facebook live. Und wenn du nicht möchtest, dass öffentlich jemand dein Problem kennt, weil es vielleicht wirklich sehr berührend ist und du nicht willst, dass Gott und die Welt davon weiss, dann mach mir eine persönliche Nachricht oder schreib mir eine Mail oder ruf mich an. Okay? Und mit diesen Worten ganz ein wunderschönes Wochenende. Hier in Zürich scheint noch die Sonne. Ich hoffe, das bleibt zu. Und bis nächste Woche, Montag. Tschüss zusammen. Das war wieder die Ruth, die Ruth Achille, dein Coach für mehr Lebensqualität. Und du weißt, mit einem Like, mit einem Smiley, mit einem Herzchen können andere diesen Beitrag auch finden. Tschüss.